Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Ja Ich schau mal den Route hier an Hä? Wo? Gleiche Punkte müssen wir nie gucken Du musst ein paar Y94-Odono-Sprengsätze klauen Wenn du in die Stockhead rein und den Krieger finden willst Der Licht bringt dich dahin, wo sie vor Tja, Hüpfe Der Klau! Der Klau! Der Klau! Überwacht! Du wirst keine Zweite Klau! Überwacht! Stimmt, wir haben das noch geholfen Sprech! Hinten! Hinten! Ein Mini-Ko-Voliath Hinten! Irgendwie macht mir die SMG glücklich Ah! Hinten! Ein Beute-Zwerg Hinten! Dafür bin ich zu groß Ähm... Wir gehen falsch Müssen wir jetzt da wieder zurück, ne? Ja, wir müssen unten м Nein! Merger! Geh construire Hinten! Ah, die, die sind hinter mir her, ich bin da auf einer scheiße Ebene, ich sehe nichts. Ja, ja, ich sehe eh wo du bist. Ja. Ah, ich bin da runtergefallen. Was bedeutet das? Ah, 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 ah. Das hat nur 46.000 gekostet. Hm. Was machst du da jetzt unten? Sammeln. Ach so kommt man da hier raus. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte da gern die Latte genommen, aber irgendwie jetzt sieht es aus. Kann es sein, dass du irgendwie über mir bist? Ja, genau über dir. Okay. Ja, genau. Und ich habe keinen Plan, wie du da oben bist. Aber? Ich habe gesagt, ich habe keinen Plan, wie ich da oben runterkomme. Nein. Aha. Ich hätte gesagt, ich fahre jetzt runter. Keine Ahnung über das Auto. Aber da ist ein Pfeil. Ja, da ist eine Leiter wahrscheinlich. Da ist eine Leiter. Man muss ja nur den Pfeilen folgen. Richtig. Richtig. Schnauze. Okay. Wer tot? Ja. Ich habe ihn nicht einmal fertig an, wie es hier war. Ich versuche ihn nicht. Man muss ja nicht eine schöne Ausrüstung, oder? Ja. Schnell, oder? Es du? Ich versuche ihn dir an, wie es hier war. Das ist ein Kegner. Ja, ich will, aber ich kann es nicht sagen. Also mit dem SMG muss ich mir noch was aufhören lassen. Das ist irgendwie nicht so das, was ich mir vorstelle. Nicht teils? Nein, nicht so wirklich. Das fühlt sich an wie nicht Fleisch und nicht Wurst und nicht Fisch. Weißt du, das ist so... Missvergeben. Beute Zwerg? Ich drück mal. Boah, sieht mal alle her, da will so'n kleiner Slapsherz-Keks unseren Lift benutzen. Auf ihn! Das ist eine Montage. Nicht, Moment, du! Die kommen! Ja! Das ist fast genug! Das ist fast genug! Das ist fast genug! Den Kopf habe ich nicht. Der ist bei mir, der tötet mich gerade. Der ist schön. Du musst warten, so weißt du nicht mehr, damit er mit dem Ausdruck runterlässt. Er ist nicht vertragen! Hör dich hier! Wachen! Hör dich nicht! Weißt du, hast du den Zug gehört, was wir zu tun haben? Nein. Du? Hör ich nicht. Servus. Irgendwas willst du den Helikopter? Ja. Ich muss jetzt einmal Ramsch verkaufen mit dem Toten. Zeig, ich sah mein Clown dafür. Kurs Munition. Also damit das klar ist. Die meisten meiner wahren wurden Totenabenteurer aus den Händen. Die meisten von mir kommen. Wir machen etwas Produktives? Okay. Ja, gehen wir weiter, hätte ich gesagt. Ja, zu dem Punkt müssen wir. Ja, genau. Ja. Ja. Wo ist der? Na da hin? Ja, da ist ein Gegner. Wie ist das schon wieder da? Ich habe nur geschaut, was du mich hingeschickt hast. Was ist das? Ja. Ja. Kann das sein, geht. Okay. Okay. Geweht. Da ist ein Rufzeichen, aber es ist oben. Ich habe fast so aus. Wo? Äh. Okay. Schaut nur so aus, weil du... Nicht auf einmal. Äh. Es ergibt keinen Sinn. Hast du eine Ahnung? Ja. Ich glaube, dass wir da zurücklaufen müssen. Ja, weil irgendwie ist da ein Teil von der Map nicht aufgedeckt. Da, wo wir sind? Ja. Oder ist es vielleicht oben? Ich glaube, das ist eher oben, was quasi... Rein oben oder wie? Ja, aber wir müssen da zu einem weißen Punkt, denke ich. Ja, ja. Das ist ja so. Ach. 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 Was macht das nicht? Ach. Ich habe keine Ahnung. Sieg es. Ach. 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 Ladepunkt. Nie gut. Ich war da. Ach. 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 Sie hat sich das letzte Mal hier gehofft, die Tiny Tina entholt, und wir erwarten auf die Sawtooth-Banditen-Waffe, während ich sie zu matchpulgelte. Die haben vielleicht dumm geschaut. Hahaha, wie haben Sie sich? Oh, hab ich damals ne Menge Leute gebildet. Juhu, Junge! Ich will steifeln! Er hat zum Brennen angefangen neben dir. Aha. Denk bitte mal drüber nach, dass Rollins Training und seine Erfahrungen nutzlos waren, als er mich traf. Und frag dich dann, wenn ich den weißen Anführer der Crimson Raiders töten konnte, ohne einen Schweißtropfen zu vergießen, wie schwer wird es für mich sein, einen psychotischen Banditenkönig und einem betrunkenen scheiß Scharfschützen zu töten? Ich bin nicht betrunken. Ich kann spüren, wie das Ding um meinen Hals mich aussaugt. Versprich mir, dass du dich an Jack reichen hörst, solange du noch eine Kugel hinter einer Waffe hast. Versprich es mir! Ist das Lilith? Mhm. Ja, wahrscheinlich ist nicht gut zu gehen. Ja stimmt, vielleicht ist das mal einmal sehr verloren, oder? Ey, ich nicht sowas. Ja? Ist das schon Ewigkeiten her, dass wir... ...spüren haben? Ja, allein nach in aller Ruhe. Ist ja wohl, das ist vielleicht der beste Kerl. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Du stirbst nur ähnlich da hinten. Sowas Unfreundliches. Stirb da noch einmal. Ja, genau. Es ist noch... Es ist noch... Willkommen! Bring dich auf! Das ist eine Waffe, oder? Das ist Zeit! Mir geht es nicht. Ach so? Wasserlock, oder? Ja. Jetzt geht er. Halt! 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 Ach, du stehst! Halt! Mit zwei! Warum stehst du unter Strom? Ja, du stehst unter Strom. Ja, du stehst unter Strom. Wie hat's denn denn jetzt gelegt? Halt einmal, ich möchte den mit der neuen Schrotze ausprobieren. Hörbe! 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 Du verdammter Fehler, ich reiß dich ins Stinke! Du suchst aber auch nur Streit gegangen. Ich spürst du meine Finger in deinen Augenhöhlen! Ich bin nicht in meinen Augenhöhlen! Schnauhe! Und was soll man dazu? Knallfrosch unterwegs! Was ist das für eine Schrott? Die schaut gar nicht so schlecht aus. Ja, die geht auch gut, weil sie einen schönen schnellen Schuss voll gehabt. Die schaut so aus wie eine Conference Call. Auf Entfernung, mich seht du so gut. Halt! Noch einer weniger! Die ist super! Ich spür gerne mit ihr! Die geht super! Die geht super! Und das statt zerstören? Ähm, das wäre ein Anfang! Ja, ne, ich meine, ist er trotzdem unser Minister! Mhm! Was sind Gegner? Warte einmal kurz, bevor du was machst! Ich mach gar nichts! Du hast jetzt jemanden getötet, oder? Ich hab zwei, da hast du die zwei Laserbalken gesehen, die da durchgegangen sind. Laser? Ja, hab ich! Ja, die zwei Waffen hab ich angeschossen. Warte! Das waren so Großdinger, die am Berg oben gestanden sind. Warte! Dein Freund! Halt! Halt! Alles Geistes gehören mir! Na ja! Teil nicht mit dir unterdrücken! Das ist für dich! Was was wir getan haben! Halt! 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 Ich brauche nicht zu haben, habe ich so das Gefühl. Geht es da aus? Nein, jetzt nicht so primär, aber dass man halt immer sukzessive mitsammelt. Weil wann es uns einmal ausgeht, ist doof. Na, das ist ganz weit. Ich will alles machen! Ja! Es gibt nichts, was macht er mehr nicht aus seinem Kopf der Blumenhörer. Wenn du ihn zerstörst, wird er so angeblich sein, dass er den Aufzug nach unten legen wird, um sich an ihr zu helfen. Was ist der Schmerz? Ja, da ist der Schmerz? In sich ist der Schmerz! Du wirst die Schatten! Ja! Ja! Ja, die Fangen! Ja! Da ist die M-G-Zoom! Oh! 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 Ich habe gerade auch noch ein Problem. Ich danke dir. Ja, zwei davon haben wir schon am Schluss. Ja, ich suche noch einen. Ja, irgendwas ist da noch. Auch der da? Jetzt nicht mehr. Geh mal los, schau mal. Vielleicht sind ja ein paar Leben für mich dabei. Bei Gegner sind alle. Ich habe aber nichts gemacht. Das ist wie hässlich. Ey, schau mal. Für dich. Cool. Eine legendäre Siren-Mode. Okay. Großartig. Gleich mal anschauen. Auf jeden Fall. Okay. Ist ausgerüstet. Da stinkt der andere ordentlich ab dagegen. Genau. Und dann kannst du im Skill-Baum anschauen, welche Verstärkungen du jetzt erhalten hast. Ja. Habt ihr ja ausgezahlt? Ja. Ah, der Beutezwerg. Der Beutezwerg. Der Beutezwerg.